Einfach mal einen Eindruck verschaffen, worauf ihr so setzt, wenn es um das Equipment geht und das ist eine ganze, ganze Menge. Ja, auf jeden Fall. Also unser Team ist gepartnert oder sponsert bei Louis und wir sind da wirklich super ausgestattet, egal ob bei Rennveranstaltungen oder bei Trainingveranstaltungen. Guck mal hier, hört euch seine Gespräche an. Alles gut? Ja, das ist aber... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020